Nein! Nein, nein! Der Krieg ist vorbei! Er ist vorbei! Kein Militär mehr! Nein! Er ist nicht vorbei, hier laufen doch überall noch welche von denen rum! Sie haben gewonnen! Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wegen der... Boom! Ach, Atombombe! Sie haben vor zwölf Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein! Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist die Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Äh, ja. Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator. Im Dienst von General Strasse persönlich. Du bist jetzt erst mal leise, ja. Sie ist nicht so, wenn sie mich nicht freilassen? Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten! Ich werde ihnen, der Schwester und ihr Papagier... Wir machen jetzt hier erstmal Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen! Ciao! Ciao! Ciao!